Hallo, jetzt willkommen zu einer neuen Folge mit Stefan und Dima. Guten Tag. Einen energiegeladenen Anfang. Oh, gönn dir deinen Energy. Aber was geht, Leute? Willkommen bei der neuen Runde. So sympathisch. So, natürlich. Sympathie ist da. Wenn ich rülpse, dann schmeckt mir das, was ich esse oder trinke. Also wenn ich rülpse, dann schmecke ich wirklich, was ich gegessen habe. Dann hast du einfach nur irgendeine Scheiße gegessen. Oder zu schnell gegessen. Das Problem ist, du hast gegessen. Das solltest du lassen. Du musst an deinem Problem arbeiten. Ich esse keine, ich lande in der Halle. Manche sind vegan, manche vegetarische, manche sagen einfach, ich esse nichts mehr. Und ernähren sich von... Manche betreiben Photosynthese. Und sterben nach wie vielen Tagen, wie viele war das? Es gab ja so eine Frau, die das gemacht hat. Kokosnüsse? Ja, die hat sich nur von... Kokosnüsse. Von Sonne ernährt. Ja, sie hat es versucht. Geschafft hat sie es nicht. Ja doch, sie hat es gut gemacht und dann ist sie gestorben. Ja, und dann ist sie irgendwann verhungert. Ich weiß nicht, ob sie gestorben ist, aber... Ja, wenn sie es durchgezogen hat, dann ist sie gestorben. Ja, wenn sie wirklich durchgezogen hat, dann stirb auch. Mit deinen Überzeugungen. Echt mal. Boah, Alter. Fällt dir ein, ne? Dann ist doch scheiße, wenn du keine Pflanze bist. Was hat das Leben denn für einen Sinn? Weißt du, was wirklich scheiße ist? Dass hier kein Rucksack ist. Das sind Probleme. Wir haben einen Stelz. Oh, Dima! Komm mal her, ich hab was für dich. So, Tradition ist gewahrt. Ich hab dich vorgewarnt. Komm her. Das heißt... Wir können auch ein Versorgungspack... Stefan! Wir können die ja mitnehmen. Die sind nicht mehr unnütz. Oh Mann, ich will aber Tradition beibehalten. Das ist das... Das festigt die Freundschaft. Aber ich lass es... Dir zuliebe lass ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, das Einzige, was das festigt, ist ein bisschen der Blutbelag auf dem Boden, wenn du das machst. Und deine Hose, wenn du nicht drisst. Also, was in deine Hose dann rausfällt. Also, ich hab hier noch einen Zweierrucksack. Den mal, ich kann ja den mitnehmen. Ich hab ja einen Taktikpaket. Ich hab gerade einen gefunden. Ah, cool. Okay, kann ich den wegschmeißen. Geil. Hast du das Ding jetzt hier noch irgendwo hingelegt oder hast du ihn mitgenommen? Ich hab's mitgenommen. Okay. Ich hab jetzt auch einen Taktikpaket. Okay. Das ist mir beim nach Hause fahren. Erstmal schön stauben. Wir lieben es alle. Oh, wie war's? War geil. Was hast du für Musik gehört? Oder hast du dem Radio gelauscht? Radio hatte ich da hinten keinen Empfang so weit weg, weil ich... Äh, was? Wo warst du denn, Alter? Ich hatte Energy halt gehört, ne? Ja, dann mach einen anderen an. Nein. 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 Es gibt ja nicht eine automatische Suchfunktion, oder? Nee, das bildest du dir an. Ja, aber wenn du das machst, dann kriegst du nur irgendwelche Kultur-Dinger und auf einmal Opern-Lieder. Dann lässt du das einfach laufen. Oder die besten Hits aus den 80ern. Nee, lass mal. Manche sind gut. FFM. Wir spielen denselben Dreck für 30 Jahre. Und ein bisschen Schatz. Und sagen immer Klassiker. Oh, MK47. Ich hab' noch auch hier für jemanden, falls... Hab' ich schon? ...dass jemanden interessiert. Okay. Oh, im Pi und Karabino. Ich mach' den Scheiß. Benzin nehme ich auch mit. Ich hab' da Platz, Digga. Wir hatten so eine Schüssel, ne? Ja, lass mal hingehen. Das ist doch... Das sind Vögelgezwitscher. Das ist ne seltene Vogelart. Der mich so evolutionär, ne? Weil die ganzen Menschen die Vögel im Abwacken... Ich hab' kein gutes Scope. Hat jemand ein gutes Scope? Ich nur dreifach. Vierfach. Achso, ich hab' nur Holo. Also, ich müsste näher ran, um zu kämpfen. Kannst du mit Worten kämpfen. Eine Drohne wäre, glaub ich, cool, ne? Ja. Einer sollte immer nur Drohne haben. Ich hab' letztes Mal schon immer Drohne gemacht. Da fährt jemand weg. Ah, da, da jumpt jemand. Hab' ich gesehen. Ja, im, im, im Sprungversuchen. Ja, der ist grad' runtergefahren. Der ist grad' hier, der ist in das Haus grad reingelaufen. Von rechts. Ja, der ist direkt dort an der Fenster. Linke Seite. Dreckt, Alter. Ich hab' leider keine Granate. Hast du ne Granate, Dima? Ey, ja. Dima, wollen wir außen rum? Ah, ne. Wie können? Ist das ne Täuschgranate? Ne. Könnte sein. Ne. Ja, aber, komm, das ist hier lang. Hier, hinter der Mauer. Ja, ich hab' versucht, zu pre-fighten, finde ich nicht. Grab' rein, grab' rein! Ja, aber da drin ist auch noch wer, oder nicht? Ja, kann trotzdem rein. Stefan, komm, schnell. Ich geb' Cover. Heil'in. Ich weiß nicht, wo wo die Tür ist. Kannst du durch die Tür gehen? Versperre ich die gerade? Egal. Ich bin schon drüber. Ich wüsste nicht. Ja, so, dass du raus könntest, wenn du willst. Du musst eigentlich die Tür nach unten, äh, nach unten. Hier, die Leiter. Im Norden höre ich Schritte. Ich glaub' das andere Gebäude da drüben. In der Richtung ist auch jemand gewesen. Na, come on. Einer gekillt. Nice. Da ungefähr im Fenster ist er noch. Oha. Pass auf. Ausrichtung 330, circa. Ja, war im Haus. Da kommt jemand, äh, näher. Ausrichtung Norden. Oh ja, der kommt. Ah, Mann. Da drüben? Hinter uns ist auch wer, oder nicht? In dem Haus da. Oh mein Gott. Ja, der ist... Ich überlasse mal zweimal Energy. Der ist im hinteren Teil des Gebäudes jetzt. Äh, wie weit sind wir weg? Oh Gott. Oh Gott. Äh, Drohne können wir jetzt auch nicht nutzen, das ist auch scheiße. Ich mach' Drohne in. Ne, geht gar nicht, weil du, äh, in der blauen Zone kriegst ja Damage. Ah. So'n Scheiß. Warte, wo war der? Wo war der? Äh, selbe... Hm, kann ich jetzt nicht pingen. Ja, aus Fenster. Selbes Fenster, wo er vorher... Ja, genau. Selbes Fenster, wo er vorher war. Er kommt, er kommt. Hier ist die Treppe. Okay. Thank you. Ich hab' leider nichts zum... Äh, ich brauch' große Verbände. Äh, du hast auch die Scheiß-Shotgun. Achso. Das sind zwei auf jeden Fall. Bin außen. Hab' einen down. Ich hab' gemisst. Fuck. Ah, ja, da hab' ich zu spät gecheckt. Na, da ist Schottgun natürlich geil. Hätte ich die mal nicht weggeworfen, aber man weiß ja nie, ne? Ah, Mist. Naja. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Zwei. Oh, die laden links, okay. Rechts. Ab ins A-Haus. Oh, unten, let's go. Oh, zwei Rücksergen, nice. So. Aber ich brauch' nur ein Visier, falls wär' es drin hat. Ich hab' müssen aber. Komm her. Da ist einer auf'n Dach gewesen gerade. Ja. Ich hab' ihn gesehen. Hab' ihn. Nächste Headshot. Ich weiß ja gar nichts, Alter. zu forschen. Mist. Boom. Die Muskel. Oh Gott, bitte nicht. Bitte, setz mir diesen Scheißdreck nicht hier in mein Ohr. Das geht für Papa. Das machst du jetzt aber selber. Ja, danke. Bitte, bitte. Ich mein' du Idiot. Das ist ein DBS. Hier ist ein AUG. Fuck, ich hab's nicht geschafft. Ach, Pfeffer. Ich hab' noch einen Dreifer übrig. SKS, die Tür noch. Oh, nice. Oh, nice. Ah, da links ist einer 170 im Fenster. Habe ich einen Headshot. Habe ich einen Headshot. Digger. Oben wieder. Der ist wieder am Leben. Ah, hier kann man gar nicht durch. So'n Scheiß. Komm, Stefan. Ich seh' grad' niemand mehr. Die rennen grade hinten weg. Da hinten ist einer. Scheiß Flugzeug, verpiss dich. Die sind weiter nach hinten abgehauen über Freifläche. Wir müssen das nutzen. Einer zumindest. Dann lass' mal ein bisschen die Gegend auch tun. Einen angehtet. Oh, endlich eine DMR, alter. Digga, wie musst du ihn mit der Uzi schießen? Alter, der legt voll! Was dumm! Ey, der ist immer so ganz schnell auf der Stelle und dann nach vorne gesprintet, alter. Ja, toll. Wie soll ich denn den hitten? Ich hab' Aufsätze des Toads. Not him, man. Oh, Rauchgranatenwerfer, wer? Es waren nur zwei Leute. Ich weiß nicht, ob das nur ein zweier Team war. Habt ihr das gesehen am Anfang? Hier ist eine Kara für jemanden. Ich hab' nur zwei gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele ich gesehen hab. Könnten auch mehr sein Dann kann es gut sein Ich nehme die DMR Scheiß drauf Leute, kommt zur großen Mutter Ich muss mehrfach schießen Ich habe Aufsätze des Jahrhunderts Hast du noch Visiere des Jahrhunderts, Alter? Des Jahrhunderts? Scheiße, versuche ich meine Mutter Hast du welche? Visiere? Nein, habe ich nicht Doch, ich habe einen Dreifachen Dann komme ich Du brauchst noch Energies Musst du selber gucken, ob ich Visiere habe Ja, guck mal, wenn man dich die ganze Zeit gescoped habe Die lootet, Alter, ich sehe schon Hast du jetzt Energies? Ja, ich habe Den Booster habe ich Oh, sehr schönes Versteck Ja, es fehlt nur noch eine Nate Ja, ich sehe schon Ich bin ungültig, ich habe zwei Nahkampfrafen Shotgun und eine Uzi Shotgun und eine Uzi Pizza Hat jemand Drohne gezogen schon? Ne, kann ich auch machen Ach so, Lootbox? Ich mach mal Okay Äh, was nehme ich? Ich schaue mal, wo die abgeblieben sind, ne? Nehme mal Sani Ich nehme Sani Hallo, machst du jetzt? So, mein Gott Ich bin Sani jetzt Kann ich ja direkt mal machen bei dir, Zeddy Da hinten sind die gerade Oh, ich halte dich mal ein bisschen Oh Gott, das dauert ja ewig, ey Das ist ja Okay Wir haben aber hier zwei schnelle Autos Im Zweifel Also dort ist eins Und da hinten ist ein anderes noch Dann kann man schon mal zwei Äh, die Aussätze nicht Das war ein Gegner Irgendwo von der Richtung Aber ich weiß nicht Ja So lange habe ich es ausgeholt Ich gucke mit der Drohne gerade schon Oh ja, ich weiß, wo hinter diesem Panzer-Ding Darum auch Ja Hab's markiert, die mal Okay Und da, wo ich markiert habe, ist auch einer Hab den rechts headshotet Da, wo ich markiert habe, ist noch einer Ich hab den gerade Bluten gesehen Okay, dann Also da oben auf dem Hügel über einer Auch gut, guests schießen ist nie gut Ja, der schießt auch nicht, glaube ich Aber mit schreit ich auch mal das rum Ja, ich bin weiter Das sind bodies So, beide header Das sind bodies Bodies Meinst du Bots? Ja, bot Body, body Boah, äh, kannst du mir den Bus abgeben? Es ist so scheiße, dass ich mich nicht voll heilen kann Ey, das ist so ein Dreck Äh, warte Das hat Sunny so geil gemacht Ja, aber jetzt ist halt nur noch so andere Das ist ja voll wack Hast du Sunny genommen, oder was? Ja Okay, kannst du mich dann heilen? Mit verbinden? Äh, du bist doch voll Achso, ja gut, dann Hab ich schon gemacht, während du gedronet hast Ja, perfekt Ist dir nicht aufgefallen Ja, ich hab gerade noch andere Sachen zu sehen Wir haben hier ein Auto in der Nähe So, die andere Leiche sauge ich auch mal Ja, wir haben so ne Tuk-Scha da unten Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tukla, oder was? Ja, das ist so ein kleines Kepf-Auto Sonst haben wir noch zwei Schnelle hier in der Nähe Nehmen wir das? Nehmen wir das Vierer, oder? Ja, nehmen wir das mal da hinten fliegt auch noch eine eigene drohne rum von den typen die da sind ja die zwei die ganze luft ja ja das ist das außer wir werden jetzt wieder verarscht mit ja du darfst es jetzt nicht machen und dann reißt das seite was nur ein booster stefan alles gut die jungs sind übrigens gerade in dem dorf aber ich denke mir nicht dass die netzungen wieder herkommen ohne schnippen 30 sekunden ok ich gehen ich habe nichts mehr kommen 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 da lag ein dreifach rucksack im haus dann renn noch mal zurück renn noch mal zurück immer ich hab das ja schon jetzt sehe ich da dein inventar nicht ob ich ein dreier rucksack habe oder nicht aber ich denke das kannst du doch wissen also ja also vom von den balken daneben würde ich sagen das ist nicht voll also kann es eigentlich nicht sein dass ich einen dreier habe wenn du ein dreier hättest dann siehst du nur zwei farben wo wollen wir landen 2 und 1 da siehst du drei farben was wie was farben ja das ausgegrautete du hast einmal den weißen balken für dein inventory du hast einmal den grauen hellgrauen balken für das kannst du mitnehmen und dann hast du gar keinen balken wo links von uns ich sehe den ping nicht keine ahnung ich habe nur links von uns gesagt also richtung südwesten 230 das ist ein dreifach oh stachelfalle so welcher wichser will wie geht das noch mit rechts so und dann fünf und dann das ist relativ der job ist sehr nah dran ich sehe auch noch niemanden der herkommt den könnten wir uns noch mal im schnappen wird dem markiert hier ist noch eine sniper ne wer möchte hab schon okay wir können zum job da ist niemand jedenfalls aktuell nicht so viel money für neuner ich bräuchte ein paar also später erst in dem haus da ist was ich konnte nicht mal alles mitnehmen ich habe nur Christ ja ich weiß das war auch geplant das war auch beabsichtigt ob du es glaubst oder nicht geht das ah durchs sumpf zu warten ist auch scheiße so why oh ja ich nehme mir eben her alles ist ein p90 drin 3 rucksack wäre hier noch ansonsten ist alles raus ich ziehe genau drauf ich ziehe genau auf deinen scheiß körper digga was soll ich noch tun digga ein bisschen höher ziehen achso einmal getroffen im eingang einzel schuss utzi ach da ist er drauf ich habe ne vierfach noch übrig ansonsten ist er und da ist ein 3er rucksack gerne hast du übrig oder ja hab ich hier ja und ein 3er rucksack ist noch im das würde Stefan ja aber ich ach ja wie ich muss erstmal wegkommen hier habt ihr nochmal angehittet ich hielt ich gleich äh gleichzeitig ziemlich gleichzeitig wie ich mein verband mache du auch ja das geht das geht das geht das ist geil die Türke hat es zugemacht da kommt ne Drohne und ne ne das ist ne ne Signalpistole von 200 das ist so genervt worden ich spür es doch einfach ich spür es doch ich spür es Mr. Krabs auch ich spür es beim jeden anfassen so Rucksack hol ich mir wird gesmoked ich sehe nichts mehr wird gesmoked nicht ich bin mit Drohne gerade mhm mhm oh ok er weiß wo er ist äh wo ich bin er weiß wo er ist er weiß wo er im Leben steht alter ja gut vor ihm gut vor ihm freut mich ich sehe ihn aber gerade nicht mehr ich sehe ihn auch nicht nix da hä oh von hinten von den häusern da aus was hab ich es noch geschafft Stefan zu coveren ne ist ein bisschen ja ich wurde direkt danach beballert ich sehe ihn ja nicht wo von oben irgendwo oder ja muss ja weil die haben mich hier oben auch noch erwischt gerade eben ah hier kommen die gerade zu dritt oh nein oh treffen die mich ah die treffen mich oh ja ok ach du bist ja auch dauernd ich bin Drohne ah cool ja ah MG ok mit einem MG immer ebenso wahrscheinlich lag der weil das ist doch schon präzise das war wirklich schnell du bist ja auch dauernd aber die waren von von unten also die waren nicht irgendwo weiter oben ah der hat ne Dropwaffe ach ja P90 ja ich hatte ne P90 dann hat er die jetzt hat er jetzt hat er ne Dropwaffe jäger ey ja gut was sollen wir tun wenn die euch beide instant weg machen und wir beide nicht gesehen haben ja das war ganz gut ey man ich denke mal die sind richtige Vollprofis und dann war das so ein Lackschoss schoss ja ich wurde auf ein ein Leben geschossen und dann habe ich zwei Meter laufen können glaube ich kannst du nicht erzählen dass du mit ne DMR so schießen kannst und dann auch weißt dass du triffst ja komm deinvater.de alter null damage so muss das ja besucht mal deinvater.de das ist Cedrics Domain by the way ja der generiert ein Bild von deinem Vater ja der macht so deine Kamera an scannt dein Gesicht und dann macht er daraufhin mit mit Chit, GPT oder irgendeinem anderen Programm irgendeiner anderen AI dein Vater und dann sagt er richtig cringy ich bin dein Vater wenn ich so lame rausgenommen werde habe ich immer Bock am Rann der Zone wie so ein Spasti zu campen ja mach doch ja das geht nicht mach doch das geht doch nicht ja aber so können wir das ja auch machen beim nächsten Mal vielleicht bis zur nächsten Runde bis dann tschüss